ich begrüße all meine lieben abonnenten zum allerersten video im neuen jahr deshalb gibt es auch von mir nochmal persönlich ein frohes neues jahr an euch alle ich würde mich freuen wenn ihr mich auch in diesem jahr wieder begleiten werdet aber ich muss mich hier gerade ein bisschen weit konzentrieren wie ihr seht bin ich gerade am beziehungsweise nicht mal am schneiden geschnitten habe ich schon alles ich bin bereits am abspeichern dass sich das alles rennen kann damit es ab montag wieder gewohnt mit weiteren videos vorwärts gehen kann moment jetzt hier ist noch mal kurz überlegen 79 71 72 73 74 75 genau 76 genau alles alles richtig alles richtig eigentlich wollte ich ja schon die videos ich glaube anfang letzter woche wollte ich die eigentlich schon raus und bin aber mehr oder weniger dazu nicht gekommen da ich mir auch da ich mir gedacht habe ach komm genießt die feiertage liebe und beruhig noch aus ebenfalls jetzt habe ich den faden verloren jetzt habe ich den faden verloren das ist ja das ist immer noch 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 watchdogs ja was was gibt es jetzt eigentlich gibt es soweit gar nicht groß was zu sagen ich wollte mich einfach noch mal einfach noch mal melden und euch ein frohes neues jahr wünschen es hat im letzten jahr sehr viel spaß gemacht moment jetzt bin ich komplett hier außen 76 genau 77 muss ich jetzt noch machen ich speichere das aus dem grund alles jetzt hier ab damit ich das morgen morgen früh eigentlich alles rennen lassen kann morgen früh rennen also beziehungsweise im laufe des tages rennen lassen dann muss ich das am abend noch alles verkleidern lassen damit die datei nicht allzu groß werden obwohl eigentlich könnte ich das auch über nacht rennen lassen andererseits gibt das da das problem mit den windows updates mann macht wieder leer indem er irgendwo lang geht und knistern tut könntest du vielleicht mal leise sein danke obwohl das leise sein in dem sinne eigentlich relativ ist für ihn ich habe das problem auch dass wenn ich so viel auf einmal schneiden tue ich einfach durcheinander komme wobei ich bin gerade beim überlegen ob ich vielleicht noch für morgen einfach mal eine runde happy wills raushaue oder so könnte auch mal wieder sein oder was ganz genial wäre meine runde track mania das wäre auch noch mal gut noch mal kurz nach rechnen das wäre ein paar 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 alles klar passt passt alles und wir sind auch schon so weit bei watchdogs ne wobei ich sagen kann dass wir watchdogs auch so gut wie durch haben es fehlt wirklich nicht mehr viel aber ich möchte jetzt auch nicht lange rumschweigen und mich lieber mehr darauf konzentrieren dass ich das ja auch noch fertig kriege damit ich euch die parts auch pünktlich am montag wieder präsentieren kann ich würde mich jedenfalls freuen wenn ihr auch in diesem jahr wieder mit dabei seid und mich kräftig unterstützt ich wünsche euch falls morgen nichts kommen sollte noch ein wunderschönes wochenende machen macht es nicht allzu doll denn ab nächster woche geht ja der gewohnte tagesablauf wieder weiter sowohl für schüler als auch für einige die jetzt zwischen weihnachten und neujahr urlaub hatten dann würde ich sagen macht's gut und haut rein ciao